So haben wir doch ein Video auf meinem Kanal, Leute. Heute spielen wir wieder Washing Fishing 4 auf meinem Kanal, Leute. Wir, oder ich, hatten mir überlegt, dass wir heute mal Federn gehen. Federn mit der Fieder... ...mit der Fiederrude. Und, ähm, ja. Ich hoffe, euch gefällt es dann ja. Also, lasst mal ein Abo und lasst mal ein Like auf dem Kanal da, Leute. Über 90% haben meinen Kanal noch nicht abonniert, was sehr schade ist, Leute. Aber würde mich freuen, wenn ihr es nachholen würdet, Leute. Unten abonniert, auf den Abonnieren-Button drücken, dann habt ihr es gemacht, Leute. Einmal, jetzt, äh, einer wurde sehr viel mehr mit... Mistwurm raus. Schön, wie er an das Seerosen fällt. Dann... Eine mit Tauchrohn. Die kommt einfach gerade raus. Wenn ihr noch wen wollt, dann ist es auf Wälzangeln gehen, Leute. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, dann mache ich das doch gerne. Und dann eine Mülz. Mit Mais, also? Perfekt. Auf der ersten Rudelade ist die Fisch. Oh, eine schöne Schleine, Leute. Aber noch eine relativ kleine. Aber Schleinen sind wirklich wunderschöne Tiere, Leute. Das war einpackend. Mistwurm ist, glaube ich, ein Ruderköder für Schleie, weil ich da gerade die Schleitropfe fange. Ich kann euch mal zeigen, wo ich bin. Und ich bin, ähm, neben der Brücke, hier. E... E3 bin ich. Ja, E3. Und... Ja. Auf zwei Rufen ist der Biss, Leute. Auf zwei Rufen. Fall, bis, Fall, bis, Fall, bis. Fisch, Hemd. Mit Rassen, Leute. Da hat sich das Video doch schon gelohnt, Leute. Aber keine Glocke. Ich höre noch nicht auf, Leute. Ich will noch einen Karpfen oder so. Ja, okay. Auf jeden Fall haben wir da schon wieder einen Biss auf die 3. Da sieht man das an der Schnur, die ganze Zeit. Auf der 1 schon wieder, Leute. Auf der 1, auf der 1. Die 1 läuft, mit dem Mistblumen, Leute. Die goldene 1, Leute. Und zieh ab. Ja, 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 ja. Ja, auf Fisch. Kann rauschen. Mist, woher läuft, Leute? Grüße, was haben das? Ach so, hier ist ein Fisch drauf. Aber eine kleine Brunnel, schwer verknüpft. Machen wir doch mal hier, äh, Kartoffel dran, Leute. Ich weiß, Kartoffel für Amur und Karpfen. Ich weiß, Leute. Aber damit haben ich schon einige wunderschöne Exemplare rausgesucht, Leute. Ich kann das jetzt mal zeigen, wie er... Oh, nee, äh, Leute. Äh, aber vorher muss ich mich um den Mistblumen kümmern. Ist schon wieder eine Schleige, Leute. Ja, 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 ja. Es scheint ein größerer Biss zu sein. Aber ich kann euch eben mal meine Statistik zeigen. Hier, Rekordfang der weiße Amur mit elf Kilo auf Kartoffelwürfel. Es war ein Megadrill. Ich spiele jetzt nicht so viele, aber immerhin etwas, ne, Leute? Immerhin etwas. Und auf Posenfischen, auf Posenrute, die Schleige mit drei Kilo. Rekord auf Spinnrute, das war der Hecht mit sechs Kilo. Mit dem Köder. Und am meisten XP war der, der hier, mit 80.000 XP, Leute. Mit 80.000 XP. Es war ein Gigant, obwohl er nur vier Kilo hat, trotzdem gigantisch, Leute. Und ja, das war der Kilo. Halbes? Jo. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wollen wir mal Perse würfeln? Schlafen Sie die Firmen? So. So. Sie sind aus. So. Ich würde sagen, dass wir hier mal die Mistwurm habe ich ja von der einen Ruder abgemacht. Ah doch, da habe ich Kessel drin, ja. Perfekt, auf Land. Perfekt, auf Käse, Leute. Auf Käse, Leute, eine Brasse. Käse läuft gut, Leute. Innerhalb von wenigen Fischen, innerhalb von wenigen Minuten, wunderschöne. Fische gefangen, Leute. Sieben oder acht Fische gefangen, Leute. Mega live. Und ja, lasst doch immer ein Like und Knabber auf diesem Video da. Und auch bei den anderen Videos, Leute. Treckerfahren für Anfänger, Leute. Ich komme einfach nicht klar, Leute. Für 10.000 Likes, Leute. Äh, nicht like, sondern aufrufen. 14.000 Aufrufe, Leute. Vielen Dank, dass so viele das Video angeschaut haben. Kuss geht raus, Leute. Kuss. Kuss. Und ja. Kuss. 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 Und ... ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich spare Leute für eine Karpfenroute Ich kann euch mal die Fähigkeiten zeigen Grund hier Karpfenroute kommt als nächstes 60% und dann TVA kommt ganz unten Da kommt wirklich der Biss auf die 3 glaube ich Ja, ich kann euch das Da kommt auch die 2 auf der Biss. Wahrscheinlich jetzt gleich noch auf die 1. Die 2 auf der Biss. Und da hängt der Fisch, Leute. Schwarze Armour, Leute. Mit kleiner, schwarzer Armour. Die UN-A55 XP, Leute. Jeder Fisch ist wertvoll, Leute. So wie ich sage. Und damit beende ich auch das Video. Ich hoffe euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da. Vergesst nicht meinen Kanal kurz los zu abonnieren. Link ist in der Beschreibung, Leute. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Angelgungs. Ciao, ciao. 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 Ciao.